Hallo, ich stelle mir die SQ richtig, Alter. Yo, 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 yo. Man muss sich ja aber unglaublich einschränken, wenn einer ein Video macht. Er ist ja aber belastet, der da am Vollstruck hat. Fährt da so ein Heimlich mit so einer GoPro in der Hand. Und dann heißt es, oh, jetzt auch, den ganz original. Den ganz original, den richtig original. So, die Fahrt wäre toller, die Hose voller und so. Ist das kein... Ist das ein Limit jetzt? Von welchem tollen YouTube-Kanal kommst du denn? No Limits-Kanal! Hast du so'n größten YouTube-Kanal wie der Kirmeswahn ist? Der Kirmeswahn ist ja nämlich den größten YouTube-Kanal von allen. Na ja, geht so! Mein Gott! Mein Gott! Ah! Na, ich weiß auch gar nicht, warum der Kirmeskopf ist. Mein Gott! Das ist Freifahrt, heißt der. Mein Gott! Mein Gott! Ja, dann schauen wir mal, wie Go-Korn richtig fest sein kann. Ja! 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 Ich hab aber mal keine Freunde! Ja! Ja! Wo ist das denn jetzt, ne? Wenn man die Lose mit dem Kanal ab und Geld hat. Ist ja mal gesellschaftlich tot. Aber macht ja nichts! Warum soll man die Lose jetzt hier untersauben lassen? Na ja! Auf keinen Fall! Leute, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben! Wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben! Ja, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Oh, yeah. Party, party, party. Oh, yeah. Ich bin, ich bin. New Baby, Tickets gehen hier in Stärkrad Tee, es geht los hier. Wahnsinnsmaschine, Baby, steiles Gerät, heißes Warnstück hier. Oh la la, oh la la. Das Gauzell ist auch nicht schlecht. Das ist ein Schiff. Das war nur der Sorge, das war auch so. Das geht auch raus! Wenn du wackelst, dann auch immer total. Wie sieht das denn aus? Dann haben nachher die Zuschauer so den Eindruck, wer ist hier mit Breakdance hier auf so einer Auffuffallkiste? Du hast okay, wir treffen uns für einen Grundsatz. Das Video ist gut! Viel Zuschauer, das ist alles ganz klar und beschreiblich. Der Typ der Haare, da bin ich wohlflein. Lieber, alles noch gut bei euch? Ja! Und noch mehr? Ich dreh ab hier, ist das geil hier! Wir machen jetzt auf Auffall! Ja! Kuck mal! Die dritte Haare, da sind wir Beside und ich bin unterbekommen! Die dritte Haare, da kam mir überhaupt nichts vor! Ja, 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 ja. Du zuerst vor mir ist das. Ich bin der Odo, muss ich vor allem sagen, dass ich das alles vorzuse bin. All's neu, ja, ja! Das ist doch sehr gut. Du bist nur noch. Das ist einfach, dass ich das von einem Badmann auf bin. Ich bin jetzt von Worte. Das ist doch ein, dass ich das Kind vorzuse bin. Ich bin es auch ein, was ich nicht? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR